Also er wird jetzt bald 15 und er sagt, seit er 4,5 ist, also so klein, ist er schon am Bahnhof. Die Großen am Bahnhof haben ihn hier hochgezogen. Wie findet er denn das Leben hier? Als wir das Foto des Jungen vor dem Bahnhof verteilen, erkennt ihn einer auf Anhieb. Rarisch steht mit in der Runde und tut doch so, als stamme die Aufnahme von einem anderen Kind. Das sei nicht er, so die erste Reaktion. Die falsche Haarfarbe. Der 19-Jährige ist wie alle hier berauscht von dem Dämpfen eines Lösungsmittels. Eine gefährliche Droge, die die Kinder durch Plastiktüten inhalieren. Schliesslich erinnert er sich doch. Ich bin schon lange wieder auf der Straße. Ich habe gebettelt, bin herumgestreut, von einem Ort zum anderen gezogen. Zwischendurch war ich mal im Kinderheim, aber meine Mutter hat mich dort rausgeholt.